Hallo. Hier muss doch irgendjemand sein. Hallo. 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 Oh, die Deutsche Huntington-Hilfe. Wer hat den denn verloren? Hey, du hast ja meinen Flyer gefunden. Ja, bist du etwa von der Deutschen Huntington-Hilfe? Ja, mein Name ist Uwe. Und deine? Ich bin Mine. Das ist ja ein Zufall. Mein Vater hat die Huntington-Krankheit. Freut mich, dich kennenzulernen, Mine. Du hast recht, das ist wirklich ein Zufall. Wenn du möchtest, erzähle ich dir, was wir bei der Deutschen Huntington-Hilfe machen. Ja, gerne. Okay, komm mit mir. Okay. Wir von der DHH haben ein umfassendes bundesweites Hilfsprogramm für dich. Neben Selbsthilfegruppen gibt es bei uns Vertreter für Betroffene, für Angehörige, einen medizinischen Beirat und viele weitere Angebote. Aber habt ihr denn auch was für junge Leute? Lisa? Ja? Kommst du mal bitte rauf. Dein Typ wird verlangt. Was gibt's? Schau mal, das ist Mine. Sie sucht Unterstützung. Hi, ich bin Lisa von der DHH Jugend. Wenn du magst, dann nehme ich dich einfach mal mit zu einem unserer regionalen Treffen. Da findest du dann alle von 0 bis 35. Und wer seid ihr? Na, wir! Bei uns kann jeder offen reden oder befindet sich in einer ähnlichen, derselben Situation. Das klingt ja wirklich gut. Da komm ich mal mit. Super! Komm, wir gehen! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020